Ja, halt Eiskröne. Und Benni, Benni, zur Information, buddel dich jetzt bitte nicht hier eine nach unten. Weil dann fällst du nämlich dann irgendwann ins Bodenlose. Gerippst. Nein, 25 mal 25. Und das halt mal 4 und das nach unten, bis auf den Grundgestein. So. Gut. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Warten, wir haben wieder die ersten Turtles am Start. Juhu. Oh, ein Kühe, junger. Wir brauchen Kühe. Auch Kühe. Ja, ich brauche viel Leder. Kann man nicht irgendwie Leder mit einem Williamstone herstellen? Für was warst du Leder? Ich habe nämlich gerade einen Rucksack gefunden, der nennt sich Forced Pack. Schauen. Ne, aber Kühe habe ich leider überhaupt noch nicht gesehen. Noch nicht eine einzige. Ich auch nicht. Beine gibt es hier ohne Ende. Kann man nicht Schafsleder nehmen? Schafe trocken. Schafe trocken können Leder. Die trocken das Wolle. Schweine nur Fleisch. Ja, irgendwie Lederhandel bei diesen Dorfbewohnern da hinten. Wie hat er hier den Dorf gelegen? Habe ich gerade den Leck, oder? Hat sich mein Spiel ja gerade erhängt. Hat sich... Hat sich womöglich aufgehängt, weil ich höre, die Turtles nicht mehr arbeiten. Bei mir läuft noch alles. Ah, jetzt. Ich komme mal wieder rein. Okay. Ja, das ist nun mal. Das war jetzt gerade irgendwie Java. Hat ja gerade irgendwann mal Sturz gehabt. Also nicht das Spiel, sondern Java. Kackfliegige. Na ja. Muss ich nur mal kurz gucken, ob die... Freaks, was geht. Der Junkler dann noch passt. Ja. Okay, die Vieh hier puddeln. Puddeln auf jeden Fall. Oh. Ja. Ihr tradet dem Mann 14 Kolben für einen Aluminiumbusch. Ich habe hier schon wieder Anzeige King Slime. Echt? Komisch, gell? Ja, das ist schon mal ein Bossmonster. Wenn sie rum eimert. Hier, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Komm zum Haus. Komm her. Attacke! Umklatschen das Vieh. Der da oben. Das ist der da oben. Das ist der da oben. Boah. Sicher? Los, den klatschen mal oben, das Vieh. Wo bist du, Martin? Ach, so kommt es auf die andere Seite. Ich komme auf das Vieh zu von hinten. Alter, hundert Leben hat er. Ja, ein Vieh. Ausklatschen. Das ist ein Zombie, das hier aussieht wie Taddeus. Aua, sehr toll. Der macht ein Herzschaden. Oh, er hat ein Schild fallen lassen. King Slime Battle Fine. Oh, er will irgendwas machen. Keine Ahnung. Ich stelle es einfach mal hin. Tu mir einfach mal hinstellen. Sollen wir es kauen, Alter. Also, da haben wir jetzt auf die... Schau mal, da ist wieder mal ein Slime auf einem Ding. Oh! Fuck, ich habe den Baby... Ich habe den Baby... Ist ja lol. Da stellen wir uns einfach mal in den Garten, würde ich sagen, oder? Oh, im Haus ist einer. Warte, ich schicke raus. Im Haus ist ein Enderman. Ja. Schau drauf. Irgendwer. Penny hatten. Ich glaube, ich bin der Enderman-Killer, Alter. Kann man ran. Ender-Killer, ja. Ich kann ja nicht aufschauen. Ich kann ja nicht aufschauen. Ich bin hier in der Kiste. Was? Du hauen. Aber die kann man zuhauen und blocken. Penny, bleib mal gut stehen. Alter! Wie viel? Das macht Schaden, das Ding. Ein Herz. Zwei und halb. Ja, also, das ist zwei und halb. Warte, 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 jetzt ist er gar nicht voll. Warte, warte, warte. Zwei und halb hat es bei mir gerade gemacht. 19. 20. 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 jetzt muss ein und kann nur einem geholfen wo solche Bricks gab aber das ist okay Bettel ist aber wo ist die Scheißspinne Spinn Ich geh mal nach dem Alubusch gucken. Spinne. Echt? Eif. Nö, das ist nur einer ist klein, der andere ist groß. Da haben sie sich auch nicht vermehrt. Hier, wenn ihr am Zaun steht und da rumkloppt. Da sind wir hier im Scherbe. Egal. Auch Kühe. Jetzt nach Kühen gucken. Der Lauf hat nicht im Dunkel los. Wir hätten dir einen Amboss hingestellt. Egal. Ich. Aua. Wieso rennt hier ein Slime drin rum? Bist du bescheuert oder das? Ich will ja Minimum Scherbe. Ja. Warten wir recht häufig, ne? Ich möchte überlegen, wie wir uns bei viele Biest dafür abgemüht haben für die Scheißdinger. Hat mal eine gekriegt. Ja. Brauchst du noch einen Brenner oder was? Ja, shit. Hast du ne? Ja, ja. Krieg mir da noch einen rein. Ja, ne? Ich hab's immer. Ich hab das falsche Gerät. Ach, schon mal gesetzt. Meine. Ich hab aber zu wenig Bricks. Ich brauch noch mehr Bricks. Das ist zum Kotzen, Alter. Du brauchst zu viele Bricks. Das ist der Wahnsinn. Ja, hat nicht gehalten. Hast du hier so ich hier gebrannt? Ja. Da hau ich halt schnell noch ein paar Cobblestones rein. Ja, nix Cobblestones brennen. Du musst erst mal das das Rezept machen. Cobblestones, ja Cobblestones bringt dir ja nix. Wie ist das Rezept? Du musst dir diese diese Kombination da aus Kies und Sand und Clay reinhauen. Wie viel Alu haben wir denn jetzt? Haben wir schon Mengen was? Nein, ist nix. Eine ist groß, das andere ist noch klein. Also, es ist noch eine Bricks. Und mehr haben sie sich auch nicht. Ja gut, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht holen wir die Apropos hier. Ach so, du bist Martin und bist unterwegs, ne? Ja, ich bin unterwegs. Auch cool. Ja, schauen wir mal, ob ich vielleicht dem Ob vielleicht die Turtle schon was zurückgebracht haben. Hier ist Hier ist ja so ein so ein Scheiß-Creeper in so einem Schleim. Boah, Alter und drei Spinnen. Ah, Benni. Aua, Aua. Aua. Ah, ich komm. Alter. 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 WTF? Was war das denn? Hat der hier ein Loch reingerissen? Der hat zwei Löcher reingerissen. Ja, das ist scheiße. Nachts draußen rumzulaufen, ist kacke. Ja gut, du bist ja auch dauerhaft in Bewegung. Meine, echt, das ist schlimm. Bring euch mal bitte Jungle Dream mit, wenn es geht. Also Staplings. Ach cool, es wird gerade hell. Ja, die kannst du anpflanzen, das ist so schön wie ein Holzhaus. Sorry, da stellst du mal nicht die riesen Dinge da. Gut, so, ich geh jetzt mal schnell zur Tür. Ah, scheiße, ich muss mal ran, dann wollen wir Teile machen. Was? Was ist denn? Ich hab hier ein Ding bekommen, ist der sich Wollenspack? Ja, den musst du aufmachen, da sind Drops drin. Einfach irgendwo in die Tastleis unten reinziehen und dann aufmachen. Boah, eine Stahlhose, Eisenbahn, drei Tauniumbarren, noch eine Stahlhose, drei Schwarzbrücke und Kakaobahren. Was ist denn Kakaobahren? Stahlbarren. So, was haben wir noch viel, ne? Oh, hier ist schon jetzt ein schwules Geber hier. Ih, die Turtle, die greift so weit rein, dass hier ein Loch ist. Dann müssen wir das zumachen. Ja, ich hab bloß gerade keine, doch, ich hab ne Schaufel dabei. Halt 25 mal 25. Ich mein, gut, wir haben's halt relativ nah am Haus gebaut, ne? Hm. Ja. Ich, ich schau mal, ob wir schon mal's abgeliefert haben. Jo, der eine hat schon abgeliefert. Kupfer, Uranium, und das. Oh, hier auch Uranium, Zerbitus, Eisen, Copper, Flint. Ja. Hier ist auch bloß eine Müllsonne. Problem ist halt wirklich, was man mit dem ganzen Müll, der hier so ne landet. Hä? Tja. Wein. Wein aufessen, keine Ahnung. Verbrennende, Müllverbrennungsanlage bauen. Oh, da gibt's ja halt fließende Lava und kannst du nur reinschmeißen. So, Turtle, du baust jetzt bis dahin. Benni, geh. Ich hab keine Ahnung, was sie gefunden. Der Turtle nicht in den Weg, ne? Ne, ne, ich baue hier bloß die zu, damit die... Die macht fünf Herzschaben mit einem Schlag. Macht böse Auer. Ja, mach ich doch nicht. Oh ja. Ich hab erst geguckt, wo sie aufmacht und dann bin ich reing... War ja auch nur als Hinweis gemeint. So. Ich mein, Material holst du ja echt gut raus, ne? Aber, Problem ist halt, die, die, die Koppels. Die Koppels. Wisst ihr noch nicht? Ich hab so'n blauen Baum gefunden. Ach, die bauen jetzt, die bauen jetzt alle praktisch einfach nur von dem Standort, wo wir sie hingestellt haben. 25 nach vorne und 25 nach rechts. Ich hab so'n blauen Baum gefunden. Ah, sehr. Ich hab so'n blauen Baum gefunden. Das erste, was ich seh' ist, das erste, was ich seh', ist in dem Loch, wo... Ähm... Wo diese, diese... Dings hier grad sich durchfrisst, ne? Mein Gott, Kühe! Oh mein Gott. Ich hab Kühe gefunden. Ich hoffe mal, ich hoffe mal, so'n, so'n, so'n... Nein. Die, 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 die Turtle macht aber die Creeper kaputt. Was? Ich hab, ähm, ich hab's markiert, ne? Den Baum. So'n, so'n, so'n... Was für'n Baum? So'n Zauberbaum. Ja, einen Baum, Zauberbaum braucht er, ja. Der eine hat, der eine hat nur Erde rausgeholt, der andere auch. Was ist eigentlich, wenn, wenn die Kisten voll sind, dann... Nee, dann, dann... Machen sie nix mehr an. Dann ist alles daneben. Deswegen sollst du ja auch bloß 25 Cola reinpacken. Das ist scheiße, ne? Oder halt maximal, oder sagen wir maximal 20. Die Kisten müssen wir, die Kisten müssen wir halt leer machen. So. Hier. Hä? Hier ist ein Kerzenkrater Fluss. Was ist denn los? Ja, ist denn hier kaputt? Hä? Hier ist irgendwie ein Ladeback. Okay, das muss ich kurz... Loll. Das passiert manchmal. Ja. Das ist einfach nur... Das hatte ich gestern auch. Das darf ich jetzt auch nicht reinspringen, weil sonst fällt es nämlich ins Nichts. Ah. So, und normalerweise mache ich das Benni so, da gibt es eine Ender-Chest, und von da aus buddeln die sich alle weg, und die Ender-Chest, die liefert automatisch alles in eine andere Ender-Chest. Und von der pumpst du einfach dann das ganze Zeug ab. Ins Lager rein. Und schon hast du die ganzen Probleme nicht. Ah, da ist noch nix drin, oder? Ne, da ist noch nix weltbewegendes. Ne. Ne. Was, die an Uran raus sammeln, das ist irre. Oh, Gravel. Ich habe gerade mal drei Kühe gefunden. Jetzt noch nix interessantes. Ja, die, die, ähm, die hören dann auf jeden Fall irgendwann auf, und stehen dann oben, und dann stehen sie da, und da stehen dann drinnen, waiting für für, muss einfach auf dieses leuchtende Feld oben, also quasi oben links, einfach wieder neue Kohle hinpacken. Ah. Ah. Mit drei Kühe, ein wenig Terraforming für die Erde, die so rauskommen. Ja, auf jeden Fall hauen die jetzt, naja, die, die jagen jetzt auf jeden Fall alles raus, also das geht jetzt so, da haben wir dann Ressourcen ohne Ende. So. Alter. Da war ich aber damals so lange unterwegs, das waren vier oder fünf Folgen. Ja. Da ist man nochmal so n, so n Altar, ne, gefunden bis jetzt. Ne, die sind ja auch selten. Sind. Wo ist denn das? Oft rennst du aber auch einfach an den Dingern vorbei. Komisches gefunden. Ist leider Gottes so. Ja. Weil du krackst jetzt auch nicht auf jeden Berg oben drauf. Irgendwas Komisches gefunden. Ähm. Meine banale Frage, rein von der Theorie her, könnte ich doch eigentlich auch einfach hier, wo die Buddeln in dem Bereich im Wald anliegen. Kannst du rein theoretisch machen. Weil dann graben, die graben doch eh nicht. Nein. Da graben wir dann eh nicht in dem Wald. Also da hinten, wo die jetzt gerade buddeln, werde ich definitiv auch nicht mehr graben. Weil ich weiß, wie tief die buddeln. Jungle boat. Äußerst tief. Jungle boat. So, dann machen wir langsam aufs Heimweg. Hier gibt's sogar Palmen. Das, was ich wollte. Palmen. Palmen. Ich fäll hier gerade ein bisschen Jungle boat. Übrigens kann ich schon lange drauf um auf so'n Baum. Und 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 und. Los. Uh. So... Richtig, deswegen hab ich dir ja auch gesagt, dass du diese blöden Bäume von unserem Haus wegkriegst. Aber das ist cool, weil ich will ja immer einen ebenen Boden, bei meinem Wald, da kann ich die ganze Erde, was die... ...die... ...die... ...die Viecher rausholen, kann ich da verarbeiten. Ja, halt... ...ja, halt nicht alles, aber ich kann Erde verarbeiten. Weil die ganze Erde, die du da rausholen, kannst du auf jeden Fall nicht verarbeiten. Ne. So. Gut. Das ist ein cooler Baum, der Baum gefällt mir irgendwie. Was bist du? Komm, sei Aluminium. Das wär natürlich geil. Sei Aluminium. Ich glaub das ist Zinn. Ja, ich hab keine Schaufel mehr. 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 Ich hab keine Schaufel mehr.